Dieses von Güde hergestellte Produkt erhielt 8.6 von 10 Gesamtpunkten. Es ist derzeit der Bestseller. Die wichtigsten Merkmale sind Wärmeleistung, Wärmeleistung, Geräuschbegel. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Bewertung dieses Rowenta Produktes ist 8.6 von 10. Es wurde mit 1645 Bewertungen am häufigsten in dieser Kategorie ausgewählt. Seine Funktionalitäten sind Wärmeleistung, Qualität, Haltbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel, Fernbedienung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. DeLonghi hat ein Produkt hergestellt, dem wir eine Gesamtbewertung von 9 von 10 Punkten gegeben haben. In dieser Auswahl ist es das Beste. Die Stärken sind Wärmeleistung, Wärmeverteilung, Fernbedienung, Geräuschbegel, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie weitere Informationen suchen und den aktuellen Preis für dieses Produkt sehen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Rowenta hat ein Produkt hergestellt, das wir mit 8.8 von insgesamt 10 Punkten bewertet haben. Es ist derzeit das naheliegendste in dieser Auswahl. Seine Besonderheiten sind Wärmeleistung, Temperaturregulierung, Wärmeleistung, für kleine Räume geeignet. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts.